Komme ich da nicht drauf, schade. Kletter! Hi! Hey, das ist romantisch hier oben. Mach mal romantische Stimme, Mädel. Klar wird das besser. Ihr habt das ja richtig drauf. Und ihr braucht nicht zu schieten wie die meisten. Das ist richtig. Braucht nicht zu schieten. Von da unten kommen wir. Ich hätte ja Lust, ne? Könnte aber knapp werden. Sollen wir es probieren? Lass mal gucken, wie viele da rauspringen. Also, nehmt ihr mal die Wasserstadt erstmal, wenn da zu viele... Ne, das ist weit genug weg. Wir driften ja noch voll ab. Sollte gehen. Ich dachte, wenn da zu viele in der Nähe rauspringen, dann hätten wir an die nächste Straße genommen. Aber... Also, ich habe schon ein paar um mir, aber ich weiß nicht, wo die gerade hindriften. Äh, vielleicht Rorschach. Ja, es wird knapp. Ja, könnten wir es auch noch schaffen, ja. Oh, wenn sie gerade weiterfliegen, ja. Links von uns, 234. Und bleibt mal bloß hier oben erstmal weiter, bis wir erstmal was haben. Ah, Pistole, ja. Die bringt mir noch nicht so viel. Das ist besser. Und das ist auch ganz gut. Ich hätte gern was anderes. Ich habe keinen Rucksack. Das Haus hat noch ein Zwei-Ascope. Krieg ich gerade nicht mit? Ach so. Nee, ich bin... Ich habe keinen Rucksack. Ach, da vorne bist du, ne? Aber jetzt füge ich nicht. Hast du einen Rucksack? Ne, ich habe eine Weste. Hoffentlich wird geschossen. Wo bist du hinter mir? Unter mir? Hinten... Äh, ich bin unter dir. Also hinter dir. Hinten auf dem Dach bei 320 ist einer. Probier mal gerade neben dir ins Haus. Also ich bin neben dir im Haus. Okay. Ich muss gerade noch gucken, ob ich hier noch irgendwas vernünftig finde. Gegen einen blöden Baum sehe ich nicht richtig dahin. Bleibst du hier rum? Ich bin neben dir im Haus, ja. Ich habe leider auch kein vernünftiges Visier, um den da abzuahmen. Jetzt bist du da unten, ne? Ja. Und mit einer Umpe den abheben, ist auch scheiße. Ich weiß nicht, wo du dahin bist. Der war da vorne auf dem Balkon. Ich bin hinter dir. Genau vor uns auf dem Balkon, wo die beiden Lagerkästen stehen. Von dem Haus kommst du am einfachsten dahinter, auf dem Balkon. Oder rechts in das Hellgeraue. Na ja, ich probiere mich rechts rumzuschleichen, soweit es in der Wasserstadt schleichen geht. Bewegung, laufen nach 210. Das große Haus links, eine. Okay. Leider keine Granaten. Ich brauche eine Aim-Waffe. Ich würde alles viel leichter machen. Ja, die sind alle auf der Seite jetzt, ne? War das ein Fenster bei dir? Ne, bei mir nicht. Ja, von mir aus sind die 220 in dem grünen Haus da, ne? Ist das grün? Ja. Das große. Ja. Ich gehe näher drin. In dem Wasser. Ich auch. Ja, entweder sterben wir oder wir machen es kaputt. Laufen müssen wir sowieso in die Zone da. Ja. Genau. Du bist ja jetzt schon draußen. Einer ist down. Ich muss mich gerade ein bisschen an Sicherheit bringen. Ich muss gerade so ein bisschen auffüllen. Der ist oben auf dem Balkon, genau gegenüber von uns. Der ist down. Wo ist er? Ich glaube es nicht. Ich muss mich gerade in Sicherheit bringen. Wo ist er denn? Oh. Konnte ich jetzt nicht drauf achten. Ich komme hinten rein. Rette dich. Ja. Ja, da hinten. Ganz hinten. Nein, der ist, wenn du rausguckst, rechts. In den Häusern. Oben im Fenster gewesen. Dieser kleine. Psst. Ah. Mist. Er hat zwei Teams in der Stadt. Ah. Ja, oder es waren zwei und der eine war oben und der andere war hinten. Kann ja auch sein. Ja, wenn du einen gekillt hast. Wieder down gemacht, ne? Mist. 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 Mist.